Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute zum zweiten Advent spiele ich den Choral Wie soll ich dich empfangen? Und zwar in einer Bearbeitung von einem Komponisten, der ganz wie aus der Nähe stammt, aus Köln-Lintental, nämlich Friedrich Wilhelm Franke. Und dazu kommt noch, dass ich die Noten auch von einem Organisten gekauft habe, der mal früher hier in Köln-Lintental gewirkt hat, hier in dieser Kirche. Grüß dich! Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Zusammenhang. Damit viel Spaß mit der Musik, euch einen schönen zweiten Advent. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020